Der BC Stuttgart 1891 ist ein Billardverein aus Stuttgart. Der 1891 gegründete Verein spielt seit 2012 in der 1. Snooker-Bundesliga und wurde 2014 deutscher Snooker-Meister. Zudem spielte er mehrere Jahre in der 2. Dreiband-Bundesliga und der 2. Pool-Billard-Bundesliga. Geschichte Der BC Stuttgart wurde am 24. März 1891 als erster Billardverein Deutschlands gegründet. 1911 war er Gründungsmitglied des Deutschen Amateur-Billardbundes, dem Vorgängerverband der Deutschen Billard-Union. Nachdem wegen des Zweiten Weltkrieges kein Spielbetrieb mehr möglich gewesen war, konnte im Verein ab 1951 auf zwei Karambolage-Tischen gespielt werden. Die Pool-Billard-Mannschaft stieg 2006 in die Oberliga und ein Jahr später in die drittklassige Baden-Württemberg-Liga auf. Dort kam man in der Saison 2008-09 auf den zweiten Platz und qualifizierte sich damit für die neu eingeführte Regionalliga, in der die Stuttgarter 2011 Vierter wurden. In der Saison 2011-12 erreichte man mit nur einer Niederlage den ersten Platz und stieg damit erstmals in die zweite Bundesliga auf. In der jedoch ein Jahr später mit dem siebten Platz drei Punkte hinter dem Fortuna-Becksbach der Abstieg folgte. In der Saison 2012-13 stieg der BC Stuttgart als Sechstplatzierter der Regionalliga in die Oberliga ab. In der in der folgenden Spielzeit mit zwölf Siegen aus zwölf Ligaspielen der Wiederaufstieg geschafft wurde. In der Saison 2014-15 gelang in der Regionalliga als Fünftplatzierter der Klassenerhalt. In der ersten Pool-Billard-Mannschaft spielen in der Saison 2015 16. Sven Bindrich, Phil Merz, Tihomir Miljevic, Jochen Sannwald, Thomas Schubert. Robert Schwarz und Tina Vogelmann wurde mit Simone Künzel erstmals eine Spielerin des BC Stuttgart deutsche Meisterin. Snooker Die Snookermannschaft des BC Stuttgart 1891 stieg 2007 erstmals in die zweite Bundesliga auf. Nachdem sie dort 2008 Fünfter und 2009 Vierter geworden war, erreichte sie in der Saison 2019 mit vier Punkten Vorsprung auf den BSC Kissing den ersten Platz und schaffte damit den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Dort wurde der Verein in der folgenden Spielzeit mit zwei Punkten Abstand auf Kissing und den Münchner SC Siebter und stieg wieder damit in die zweite Liga ab. Nachdem der Aufstieg in der Saison 2010 Elfte als Drittplatzierter mit sieben Punkten Rückstand auf den SC Neu-Ulm verpasst wurde, gelang er in der folgenden Saison als die Stuttgarter mit nur zwei Saison-Niederlagen den ersten Platz belegten. 2014 gelang es dem BC Stuttgart als drittem Verein nach Breckers Rüsselsheim und den Barmer Billardfreunden als Aufsteiger deutscher Meister zu werden. Mit nur einer Niederlage belegten die Stuttgarter mit acht Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten Sachs Max Dresden den ersten Platz. In der Saison 2014 15. wurde der BC 1891 mit 20 Punkten Vierter. In der ersten Snooker-Mannschaft spielen in der Saison 2015 16. Davut, Dickme, Umut, Derwisch, Dickme, Jurien, Heustens, Robbie, James, Kevin Malz und Thomas Musa, Karambolage die Dreibandmannschaft des BC Stuttgart 1891 stieg 1995 erstmals in die zweite Bundesliga auf. Nachdem dort in der Saison 1996 97. mit dem siebten Platz noch knapp der Klassenerhalt geschafft wurde, stiegen die Stuttgarter 1998 als siebtplatzierter ab. 2003 gelang die Rückkehr in die zweite Liga aus der Mann als neunter einen Punkt hinter dem BC Regensburg. Jedoch nach nur einer Saison wieder Abstieg. 2013 stiegen die Stuttgarter erneut in die zweite Bundesliga auf, worauf ein Jahr später mit dem neunten Platz einen Punkt hinter der TSG Heilbronn. Abermals der Abstieg folgte. In der Saison 2014 15. wurde der Verein in der Oberliga zweiter mit einem Punkt Rückstand auf die zweite Mannschaft des Ravensburger BC. In der ersten Dreibandmannschaft spielen in der Saison 2015 16. Antonio Contellos, Klaus Eisenblätter, Jose Gallego, Steffen Hofle, Frank Mayer, Klaus Philippi und Hang Nguyen Tan.